Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Die seltsamen Schritte von G.K. Chesterton. Aus dem Englischen von Heinrich Fischer. Es liest Hans Korte. Solltest du einmal einen Herren jenes exklusiven Clubs, die zwölf wahren Fischer, treffen, »Wie er anlässlich des alljährlichen Clubdinners das Hotel Vernon betritt, so wirst du, sobald er seinen Mantel ablegt, bemerken, dass er keinen schwarzen Frack trägt, sondern einen grünen. Und wenn du ihn nach dem Grund fragst, einmal angenommen, du besäßest die Tollkühnheit, ein so überirdisch vornehmes Wesen überhaupt anzusprechen, dann wird er dir wahrscheinlich antworten, er tue das, um eine Verwechslung mit dem Kellner zu vermeiden, worauf du völlig zerschmettert von dannen gingest. Aber was du zurückließest, wäre ein bisher unenthülltes Geheimnis und eine Geschichte, die des Erzählens wert ist. Solltest du dann, um den gleichen Faden unwahrscheinlicher Mutmaßung weiter zu spinnen, einen freundlichen, schwer arbeitenden kleinen Priester namens Pater Brown treffen und ihn fragen, was er für den ungewöhnlichsten Glücksfall seines Lebens halte? So würde er dir wahrscheinlich antworten, dass er alles in allem sein bestes Stück im Hotel Vernon vollbracht habe, wo er ein Verbrechen verhindert und vielleicht sogar eine Seele gerettet habe, nur dadurch, dass er ein paar Schritten in einem Gang lauschte. Vielleicht ist er ein wenig stolz auf die kühne und wunderbare Ahnung, die ihn dazu gebracht hat, und deshalb wäre es möglich, dass er die Sache erwähnt. Da es aber ziemlich unwahrscheinlich ist, dass du jemals in der Gesellschaft hoch genug steigen wirst, um die zwölf wahren Fischer Fischer kennenzulernen, oder je bis zu den verrufenden Vierteln und Verbrechern sinken wirst, um auf Pater Brown zu stoßen, so wirst du die Geschichte wohl nie zu hören bekommen, wenn ich sie dir nicht erzähle. Das Hotel Vernon, in dem die zwölf wahren Fischer ihr jährliches Festmahl hielten, war eine Einrichtung, wie sie nur in einer oligarchischen Gesellschaft bestehen kann, die den Snobismus fast bis zur Verrücktheit treibt. Dieses Hotel war die paradoxe Einrichtung einer verkehrten Welt, ein exklusives kaufmännisches Unternehmen. Das heißt, es machte sich nicht dadurch bezahlt, dass es die Leute anzog, sondern buchstäblich dadurch, dass es sie abwies. Inmitten einer Plutokratie werden die Kaufleute bald schlau genug, ihre Kundschaft an Zurückhaltung zu übertreffen. Sie schaffen geradezu Schwierigkeiten, damit ihre reichen, gelangweilten Kunden Geld und Geschicklichkeit aufwenden müssen, um sie zu überwinden. Falls es in London ein modernes Hotel gäbe, das keiner betreten dürfte, der unter sechs Fuß groß wäre, so würde die Gesellschaft demütig Gruppen von sechs Fuß großen Leuten bilden, nur um dort essen zu dürfen. Falls es ein teures Lokal gäbe, das aus einer bloßen Laune seines Besitzers nur Donnerstagnachmittag geöffnet hätte, so wäre es am Donnerstagnachmittag überfüllt. Das Hotel Vernon stand wie durch Zufall an einer Ecke des vornehmen Viertels Belgravia. Es war ein kleines Hotel und außerdem sehr unbequem. Aber gerade seine Unbequemlichkeit wurde von einer bestimmten Klasse als Schutzwall betrachtet. Besonders ein lästiger Punkt besaß fast lebenswichtige Bedeutung. Es konnten dort nämlich nie mehr als vierundzwanzig Personen gleichzeitig essen. Der einzige große Esstisch war die berühmte Terrassentafel, die auf einer Veranda im Freien stand, mit dem Blick auf einen der herrlichsten alten Gärten Londons. So kam es, dass man sich selbst der vierundzwanzig Plätze an diesem Tisch nur bei warmem Wetter erfreuen konnte. Und da dies den Genuß noch erschwerte, machte es ihn um so begehrenswerter. Der augenblickliche Besitzer des Hotels war ein Jude namens Lever, und er hatte fast eine Million herausgeholt, indem er den Gästen Hindernisse in den Weg legte, hineinzukommen. Natürlich verband er diese Raumbeschränkung seines Unternehmens mit der sorgfältigsten Qualität seiner Leistung. Weine und Speisen waren zweifellos so gut wie nur irgendwo in Europa, und das Benehmen der Dienerschaft spiegelte genau die festen Gewohnheiten der englischen Herrenklasse wider. Der Besitzer kannte alle seine Kellner wie die Finger seiner Hand. Es gab nie mehr als fünfzehn von ihnen. Eher konnte man Mitglied des Parlaments werden, als Kellner in diesem Hotel. Jeder Kellner war Meister im furchterregenden Schweigen und in unaufdringlicher Zuvorkommenheit, ganz als wäre er der Kammerdiener eines vornehmen Herrn. Und tatsächlich stand meistens jedem Herrn, der dort speiste, wenigstens ein Kellner zur Verfügung. Der Club der zwölf waren Fischer wäre nie darauf eingegangen, anderswo als an einem solchen Ort zu speisen, denn er bestand auf luxuriöser Abgeschlossenheit. Aus Anlass ihres jährlichen Clubessens pflegten die Fischer all ihre Schätze zur Schau zu stellen, nicht anders, als ob sie sich in einem Privathaus befänden. Dazu gehörte vor allem das berühmte Gedeck von Fischmessern und Gabeln, die nun einmal das Wahrzeichen des Vereins bildeten und von denen jedes einzelne Stück eine auserlesene Silberschmiedearbeit in Gestalt eines Fischers darstellte und am Griff mit einer großen Perle verziert war. Sie wurden jedes Mal für den Fischgang aufgelegt, und dieser Gang war seit jeher das Herrlichste bei diesem herrlichen Mahl. Der Verein verfügte über eine Unmenge von Zeremonien und Gebräuchen, besaß aber weder eine Geschichte noch einen Zweck, und gerade dadurch war er so ungemein aristokratisch. Der Club bestand seit zwölf Jahren. Mr. Ortley war der Vorsitzende und der Herzog von Chester sein Stellvertreter. Wenn ich die Atmosphäre dieses erstaunlichen Hotels nur einigermaßen klar machen konnte, wird sich der Leser mit Recht wundern, wie ich überhaupt etwas von seinem Dasein wissen konnte. Und er wird sich vielleicht sogar fragen, wie so eine alltägliche Persönlichkeit wie mein Freund Pater Brown dazu kam, in solch einer funkelnden Porträtgalerie zu erscheinen. Was dies anbelangt, ist meine Geschichte einfach, ja beinahe vulgär. Es gibt in der Welt einen sehr alten Aufrührer und Demagogen, der auch in die vornehmsten Zufluchtsorte mit der schrecklichen Nachricht einbricht, daß alle Menschen Brüder sind. Und wo immer dieser Verräter aller Rangunterschiede auf seinem fahlen Ross erschien, war es Pater Browns Beruf, ihm zu folgen. Einer der Kellner, ein Italiener, hatte an diesem Nachmittag einen Schlaganfall erlitten. Und obwohl sein jüdischer Arbeitgeber solchen Aberglauben mit leichtem Staunen betrachtete, hatte er eingewilligt nach dem nächsten katholischen Priester zu schicken. Was der Kellner Pater Brown beichtete, geht uns nichts an. Und zwar aus dem vortrefflichen Grund, weil der Geistliche es für sich behielt. Doch anscheinend veranlasste es ihn zur Niederschrift von ein paar Notizen oder Bemerkungen, wohl um eine Botschaft zu übermitteln oder irgendetwas Krummes geradezu bieten. Mit der bescheidenen Unverschämtheit, die er auch im Buckingham-Palast gezeigt hätte, bat Pater Brown deshalb um ein Zimmer und um ein Schreibzeug. Mr. Leather wußte nicht, was er tun sollte. Er war ein zuvorkommender Mann und verfügte auch über jene Pseudoart von Güte, die eigentlich nur eine Abneigung gegen jede Schwierigkeit oder jeden peinlichen Auftritt ist. Andererseits glich die Anwesenheit eines unpassenden Fremden in seinem Hotel an diesem Abend einem Schmutzflecken auf einem eben gereinigten Gegenstand. Außerdem war die Erscheinung des Priesters zweitklassig und seine schäbige Kleidung ebenfalls. Schon sein flüchtiger Anblick aus der Ferne hätte eine Krise im Club heraufbeschwören können. Schließlich verfiel Mr. Leather auf den Ausweg, diesen Schandfleck wenigstens zu verdecken, da er ihn schon nicht auslöschen konnte. Wenn du jemals, was nie geschehen wird, das Hotel Verne betrittst, so kommst du durch einen kurzen, mit einigen vergilbten, aber bedeutenden Gemälden geschmückten Korridor in die Hauptvorhalle, in die zu deiner Rechten verschiedene Gänge münden, welche in die Gasträume führen. Und links bemerkst du einen ähnlichen Gang zur Küche und zum Hotelbüro hin. Unmittelbar zu deiner Linken befindet sich die Ecke eines Glasgehäuses, das in die Vorhalle hineinragt, gewissermaßen ein Haus innerhalb eines Hauses, wie das alte Hotelbuffet, das diesen Platz wahrscheinlich früher einmal eingenommen hatte. In diesem Büro saß der Vertreter des Besitzers. Keiner in dem Hotel wurde jemals persönlich sichtbar, wenn er es vermeiden konnte. Und genau dahinter auf dem Weg zu den Personalräumen befand sich die Garderobe, die letzte Grenze des Herrenreiches. Aber zwischen dem Büro und der Garderobe lag noch ein kleines Privatzimmer ohne anderen Ausgang, das manchmal von dem Besitzer für heikle und wichtige Angelegenheiten verwendet wurde, zum Beispiel um einem Herzog tausend Pfund zu leihen oder ihm einen halben Schilling zu verweigern. Es spricht für die ungeheure Duldsamkeit von Mr. Lever, dass er diesen heiligen Ort für etwa eine halbe Stunde durch einen gewöhnlichen Priester entweihen ließ, der ein Stück Papier bekritzelte. Die Geschichte, die Pater Braun niederschrieb, war sicher viel besser als diese. Leider wird sie nie veröffentlicht werden. Ich kann nur so viel sagen, dass sie beinahe ebenso lang war und dass die zwei oder drei letzten Abschnitte am wenigsten aufregend und fesselnd waren. Denn als er so weit gekommen war, erlaubte der Priester seinen Gedanken ein wenig abzuschweifen und seine ungewöhnlich scharfen Sinne erwachten. Die Zeit der Dämmerung und des Abendessens rückte heran. Sein eigenes, kleines, vergessenes Zimmer war ohne Beleuchtung und vielleicht schärfte die zunehmende Dunkelheit sein Gehör, wie das ja manchmal vorkommt. Als Pater Braun den letzten und unwesentlichsten Teil seines Dokuments abfasste, ertappte er sich dabei, wie er im Rhythmus eines von außen kommenden Geräusches schrieb, genau wie man manchmal im Rhythmus eines fahrenden Zuges denkt. Als er sich dessen bewusst wurde, erkannte er auch, was es war. Nur das gewöhnliche Trippeln von Füßen, die an der Tür vorbeigingen, was ja in einem Hotel nichts Ungewöhnliches ist. Trotzdem starrte Pater Braun zu der immer dunkler werdenden Decke hinauf und lauschte. Nachdem er ein paar Sekunden träumerisch zugehört hatte, sprang er auf und war nun mit etwas schiefgelegtem Kopf ganz ins Hören versunken. Dann setzte er sich wieder hin und vergrub die Stirn in den Händen, wobei er nicht nur lauschte, sondern auch nachdachte. Die unentwegten Schritte draußen waren in ihren einzelnen Etappen so, wie man sie in jedem Hotel hören mochte, und doch hatten sie im Ganzen genommen etwas sehr Seltsames an sich. Sie waren die einzigen vernehmbaren Schritte. Das Hotel war immer sehr still, denn die wenigen Hausgäste gingen immer sofort in ihre eigenen Zimmer, und die gut geschulten Kellner waren gewohnt, nahezu unsichtbar zu sein, bis man nach ihnen verlangte. Man konnte sich kaum einen Ort vorstellen, wo es weniger Veranlassung gab, etwas Unregelmäßiges zu erwarten. Doch diese Schritte hier waren so eigenartig, daß man gar nicht entscheiden konnte, ob sie regelmäßig oder unregelmäßig waren. Pater Brown folgte ihnen mit dem Finger auf der Tischkante wie ein Mann, der auf dem Klavier eine Melodie ausprobiert. Zuerst kam eine lange Reihe rascher, kurzer Schritte, wie sie etwa ein leichter Mann machen würde, um ein Wettgehen zu gewinnen. An einer bestimmten Stelle hielten sie plötzlich an und verwandelten sich in eine Art von langsam dahinschlenderndem Gang, der zahlenmäßig kein Viertel der bisherigen Schritte ausmachte, aber ungefähr die gleiche Zeit einnahm. Im Augenblick, da das letzte laute Auftreten verhallte, kam wieder das Laufen oder Trippeln von leichten eiligen Füßen, und dann wieder das Dröhnen der schweren Schritte. Ohne Zweifel war es das gleiche Paar Schuhe, teils, weil, wie schon gesagt, keine anderen Schuhe unterwegs waren, und teils, weil sie leicht, aber unmissverständlich knarrten. Pater Browns Kopf war so geartet, daß er nicht um ihn konnte, Fragen zu stellen, und über diese offenbar unbedeutenden Frage barst beinahe sein Kopf. Er hatte Männer laufen gesehen, die im Begriff waren, zu springen. Er hatte Männer einen Anlauf zum Gleiten nehmen. Aber warum in aller Welt sollte ein Mann einen Anlauf nehmen, um zu gehen? Oder andersherum betrachtet, weshalb sollte er gehen, um dann zu laufen? Und doch wollte sich keine andere Erklärung mit dem Possenspiel dieses unsichtbaren Beinpaares decken. Entweder lief der Mann sehr rasch die eine Hälfte des Ganges entlang, um sehr langsam die andere Hälfte entlang zu schreiten, oder er schritt an dem einen Ende sehr langsam aus, um an dem anderen das Vergnügen des Laufens zu haben. Keine dieser Vermutungen schien viel Sinn zu ergeben. In dem Geist des Priesters wurde es immer dunkler und dunkler wie im Zimmer. Doch als er gründlicher nachzudenken begann, schien gerade das Dunkle seiner Zelle seine Gedanken lebendiger zu machen. Wie in einer Vision erschienen die fantastischen Füße vor seinen Blicken, die in unnatürlicher und symbolischer Pose den Gang entlang hüpften. War es ein heidnischer, religiöser Tanz oder eine völlig neuartige wissenschaftliche Übung? Pater Brown begann sich eingehend zu befragen, was die Schritte bedeuten konnten. Zuerst dachte er an den langsamen Schritt. Es war keineswegs der Schritt des Besitzers. Männer dieses Schlages haben einen raschen Watschelgang, oder sie sitzen still. Es konnte auch kein Diener oder Bote sein, der auf einen Auftrag wartete. Es klang nicht danach. Die niederen Klassen taumeln zwar manchmal umher, wenn sie leicht betrunken sind, doch für gewöhnlich und vor allem in so glanzvoller Umgebung stehen oder sitzen sie in gezwungener Haltung. Nein, dieser schwere und doch elastische Schritt, in seiner nonchalanten Wichtigkeit nicht besonders laut und doch unbekümmert um den Lärm, den er verursachte, konnte nur einem Lebewesen dieser Erde gehören. Das war ein Herr aus dem westlichen Europa und wahrscheinlich einer, der nie für seinen Lebensunterhalt gearbeitet hatte. Gerade als Pater Brown zu dieser festen Gewissheit gelangt war, verendete sich der Schritt, wurde schneller und rannte flink wie eine Ratte an der Tür vorbei. Wie der Lauscher feststellte, war dieser Schritt nicht nur viel rascher, sondern auch wesentlich geräuschloser, beinahe als ob der Mann auf Zehenspitzen ginge. Und doch verbannt sein Geist diese Art Schritt nicht mit heimlich Duerei, wohl aber mit irgendetwas anderem, das ihm aber nicht und nicht einfallen wollte. Er war wütend über dies halbe sich erinnern, das einem das Gefühl von leichter Blödigkeit gibt. Bestimmt hatte er diesen merkwürdigen, schnellen Gang schon irgendwo gehört. Plötzlich sprang er mit einem neuen Gedanken im Kopf auf und ging zur Tür. Das Zimmer hatte keinen direkten Ausgang zum Korridor, sondern führte auf der einen Seite in das gläserne Büro und auf der anderen in die Garderobe dahinter. Er versuchte, die Bürotür zu öffnen, fand sie verschlossen. Dann schaute er zum Fenster hinauf, einer viereckigen Scheibe voll purpurner Wolken, die durch den fahlen Sonnenuntergang zerteilt wurden, und für einen Augenblick witterte er Böses, wie ein Hund Ratten wittert. Der vernünftige Teil seines Ich, ob es nun der Weiserer war oder nicht, gewann die Oberhand. Pater Brown erinnerte sich, daß der Besitzer ihm gesagt hatte, er würde die Tür verschließen und ihn später herauslassen. Er sagte sich selbst, daß zwanzig Dinge, die er nicht bedacht hatte, die exzentrischen Laute draußen erklären könnten. Er erinnerte sich, daß es gerade noch hell genug war, um seine Arbeit zu beenden. Er trug sein Papier zum Fenster, um das letzte Abendlicht auszunutzen, und machte sich noch einmal fest entschlossen über die beinahe fertige Arbeit her. An die zwanzig Minuten hatte er so geschrieben, wobei er sich in dem schwächer werdenden Licht immer tiefer über sein Papier beugte. Dann richtete er sich plötzlich auf. Er hatte die seltsamen Schritte wiedergehört. Diesmal zeigten sie eine dritte Eigentümlichkeit. Bisher war der Unbekannte gegangen, zwar flüchtig und mit blitzartiger Behändigkeit, aber er war gegangen. Jetzt lief er. Man konnte die schnellen, weichen, springenden Schritte den Gang entlang kommen hören, gleich den Pfoten eines fliehenden und springenden Panthers. Wer immer da kommen mochte, war ein sehr kräftiger, lebhafter Mann, in stummer, aber heftiger Erregung. Doch als der Laut wie eine Art flüsternder Wirbelwind zum Büro hingestürmt war, verwandelte er sich wieder in das alte, langsame Schlendern. Pater Brown warf sein Papier hin, und da er die Bürotür geschlossen wußte, ging er gleich in die Garderobe hinüber. Der Garderobier war gerade abwesend, wahrscheinlich, weil sich alle Gäste beim Essen befanden und sein Amt vorläufig ein Ruheposten war. Nachdem Pater Brown sich durch einen grauen Wald von Mänteln durchgetastet hatte, stellte er fest, dass sich die dunkle Garderobe nach dem erleuchteten Gang hin zu einer Art Ladentisch öffnete, ähnlich den meisten solchen Tischen, über die wir schon alle Mäntel und Schirme gereicht und Marken dafür empfangen haben. Unmittelbar über dem halbkreisförmigen Bogen dieser Öffnung brannte eine Lampe. Sie warf nur ein schwaches Licht auf Pater Brown, der sich wie ein dunkler Umriß von dem Sonnenuntergangsfenster abhob. Doch eine nahezu theatralische Beleuchtung fiel auf den Mann, der vor der Garderobe im Gang stand. Es war ein eleganter Mann in sehr unauffälligem Abendanzug, ein hochgewachsener Mann, der aber trotz seiner Größe nicht viel Raum einzunehmen schien. Man spürte, dass er wie ein Schatten dahingleiten konnte, wo wesentlich kleinere Männer aufgefallen wären und gestört hätten. Sein Gesicht, das jetzt im Lampenlicht in scharfen Konturen erschien, sah gebräunt und lebhaft aus. Es war das Gesicht eines Ausländers. Er war gut gewachsen, heiter und selbstbewusst. Der einzige Einwand eines Kritikers hätte sich gegen den Sitz seines schwarzen Fracks richten können. Dieser paßte nicht ganz zu seiner Figur und seinen Manieren. Ja, er war sogar auf seltsame Weise geschwollen und gebauscht. In dem Augenblick, da er Browns schwarze Gestalt im Sonnenuntergang erblickte, warf er ihm ein Stück Papier mit einer Nummer hin und rief mit leutseliger Autorität, »Ich möchte bitte meinen Hut und meinen Mantel. Ich muss sofort weggehen.« Pater Brown nahm wortlos das Papier und begann gehorsam, den Mantel zu suchen. Es war nicht die erste niedrige Arbeit, die er in seinem Leben verrichtet hatte. Er fand ihn und legte ihn auf den Tisch. Inzwischen hatte der fremde Herr seine Westentasche durchsucht und sagte lachend, »Ich habe gerade kein Silber an mir. Sie können dies behalten.« Und er warf ihm einen halben Severin hin und nahm seinen Mantel. Pater Browns Gestalt blieb ganz dunkel und ruhig. Aber in jenem Moment hatte er plötzlich den Kopf verloren, und immer, wenn er ihn verloren hatte, war sein Kopf am wertvollsten. In solchen Augenblicken zählte er zwei und zwei zusammen, und das Ergebnis war vier Millionen. Oft war die katholische Kirche, die mit dem gesunden Menschenverstand verheiratet ist, mit dieser Methode nicht einverstanden. Oft war er selbst nicht damit einverstanden. Aber es war eine echte Eingebung, wie sie in seltenen Krisen von großer Wichtigkeit ist. Die Eingebung, dass er, wer seinen Kopf verliere, ihn eben dadurch retten könne. »Ich glaube, mein Herr«, sagte er höflich, »Sie haben doch Silber an sich.« Doch der hochgewachsene Gentleman starrte ihn an. »Zum Teufel«, rief er, »warum beschweren Sie sich darüber, dass ich Ihnen Gold gebe?« »Weil Silber manchmal wertvoller ist als Gold«, sagte der Priester freundlich, »jedenfalls in größeren Mengen.« Der Fremde betrachtete ihn neugierig. Danach blickte er noch neugieriger zum Haupteingang hin. Schließlich kehrte sein Blick zu Brown zurück und wandte sich dann sehr eingehend dem Fenster über Browns Kopf zu, das noch vom Nachglühen des Gewitters gefärbt war. Nun schien er einen Entschluß zu fassen. Er legte eine Hand auf den Garderobentisch, schwang sich leicht wie ein Akrobat hinüber und warf sich auf den Priester, indem er ihn mit mächtiger Hand beim Kragen packte. »Keinen Laut«, stieß er flüstert hervor. »Ich möchte Ihnen nicht drohen aber.« »Ich will Ihnen drohen«, sagte Pater Brown mit einer Stimme wie ein Trommelwirbel. »Ich will Ihnen mit dem Wurm drohen, der nie stirbt und mit dem Feuer, das nie verlöschet.« »Sie sind ein sonderbarer Garderobier«, sagte Braun. »Und ich bin bereit, Ihre Beichte zu hören.« Der andere schnappte ein paar Augenblicke nach Luft und taumelte dann in einen Stuhl. Die ersten beiden Gänge des Mahles der zwölf Wagenfischer waren erfolgreich beendet. Im Sinne der Club-Tradition mußten die Hordeuvers bis zur Verrücktheit mannigfaltig sein. Sie wurden mit großem Erz verspeist, da sie zugegebenermaßen eine völlig nutzlose Zugabe darstellten, wie die gesamte Mahlzeit und der ganze Club. Es war ferner Tradition, dass die Suppe leicht und anspruchslos zu sein hatte. Gewissermaßen ein einfaches und strenges Fasten vor dem bevorstehenden Fischfest. Die Unterhaltung bestand aus jenem eigenartigen, seichten Gerede, welches das britische Weltreich zusammenhält, es im Geheimen regiert und das dennoch ein gewöhnlicher Engländer kaum begreifen würde, selbst wenn er es belauschen könnte. Kabinettminister beider Parteien wurden beim Taufnamen genannt und mit leicht gelangweilter Freundlichkeit verspottet. Der radikale Schatzkanzler, den alle Konservativen sonst seiner Erpressung wegen zu verfluchen pflegten, wurde seiner minderwertigen Gedichte oder seines guten Reitens wegen gelobt. Der Führer der Konservativen, den sonst alle Liberalen als Tyrannen hassten, wurde gründlich diskutiert und im Ganzen genommen als Liberaler gerühmt. Man gewann den Eindruck, dass Politiker etwas sehr Wichtiges seien. Und doch schien alles an ihnen wichtig zu sein, außer Politik. Mr. Audley, der Vorsitzende, war ein liebenswürdiger älterer Herr, der immer noch einen Gladstone-Kragen trug. Er war eine Art Symbol dieser ganzen verworrenen und doch sehr starren Gesellschaft. Noch nie hatte er irgendetwas getan, nicht einmal etwas Falsches. Er war nicht aristokratisch, er war nicht einmal besonders reich, er gehörte einfach dazu und mehr war auch nicht nötig. Keine Partei konnte ihn ignorieren, und wenn er gewünscht hätte, Minister zu sein, würde man ihn bestimmt dazu gemacht haben. Der Herzog von Chester, sein Stellvertreter, war ein junger, aufsteigender Politiker. Das heißt, er war ein sympathischer Jüngling mit glattem, blondem Haar und sommersprossigem Gesicht, von bescheidenen Geistesgaben und ungemein wohlhabend. Sein Auftreten in der Öffentlichkeit war stets erfolgreich, und er erreichte das mit den einfachsten Mitteln. Wenn ihm ein Witz einfiel, machte er ihn und geriet dadurch in den Ruf, geistreich zu sein. Wenn ihm kein Witz einfiel, sagte er, jetzt sei keine Zeit für Scherze, und das wurde fähig genannt. Im Privatleben, in einem Club seiner eigenen Gesellschaftsschicht, war er recht nett, freimütig und albern wie ein Schulbub. Wie schon bemerkt, gab es vierundzwanzig Sitze an dem Terrassentisch und nur zwölf Clubmitglieder. Somit stand ihnen die Terrasse in ihrer ganzen Ausdehnung zur Verfügung. Alle saßen an der inneren Tischseite nebeneinander, ohne Gegenüber, und konnten ungehindert über den Garten blicken, dessen Farben noch lebhaft leuchteten, obwohl der Abend für die Jahreszeit etwas zu düster angebrochen war. Der Vorsitzende saß in der Mitte der Reihe, am rechten Ende der Vizepräsident. Bevor sich die zwölf Gäste auf ihre Sitze niederließen, war es aus irgendeinem unbekannten Grund üblich, dass alle fünfzehn Kellner in einer Reihe die Wand entlang standen, wie Truppen, die vor dem König die Waffen präsentieren, während sich der fette Besitzer mit strahlender Überraschung vor den Clubmitgliedern verbeugte, als hätte er nie zuvor von ihnen gehört. Doch beim ersten Messer und Gabelklirren war diese Dienerarmee verschwunden. Nur einer oder zwei, die zum Wegnehmen oder Austeil in der Teller gebraucht wurden, schossen in tödlichem Schweigen umher. Mr. Lever, der Besitzer, war unter Höflichkeitskrämpfen natürlich lange vorher verschwunden. Es wäre übertrieben, ja unerbietig zu behaupten, daß er je wieder persönlich erschien. Wenn jedoch der wichtigste Gang, der Fisch, aufgetragen wurde, spürte man, wie soll ich es ausdrücken, einen lebendigen Schatten, einen Schimmer seiner Persönlichkeit, der besagte, daß er in der Nähe weihte. Der heilige Fischgang bestand, für das Auge eines gewöhnlichen Sterblichen, in einem ungeheuren Pudding, etwa in der Größe und Form eines Hochzeitskuchens, in dem eine beträchtliche Anzahl interessanter Fische ihre ursprüngliche Gestalt völlig verloren hatten. Die zwölf waren Fischer ergriffen ihre berühmten Fischmesser und Fischgabeln und rückten ihm mit so feierlichem Ernst zu Leibe, als koste jeder Zoll des Puddings so viel wie die Silbergabel, mit der er verspeist wurde. Und so viel ich weiß, kostete er auch so viel. Dieser Gang wurde mit Eifer und absolutem Schweigen behandelt. Und erst nachdem er seinen Teller fast völlig geleert hatte, machte der junge Herzog die feierliche Bemerkung »Das kann man nirgends so gut wie hier.« »Nirgends«, bestätigte Mr. Audley in tiefem Bass, wandte sich an den Sprecher und nickte mehrmals mit dem ehrwürdigen Kopf. »Bestimmt nirgends als hier.« »Irgendjemand hat mir einzureden versucht, dass im Café Anglais«...« Hier wurde er durch das Abräumen seines Tellers unterbrochen und vorübergehend sogar in seinen Betrachtungen gestört. Doch konnte er den kostbaren Faden seiner Gedanken wieder anknüpfen. »Man hat mir erzählt, dass der Fisch im Café Anglais genauso gut zubereitet würde.« »Keine Spur davon«, rief er und schüttelte unbarmherzig den Kopf wie ein Richter, der ein Todesurteil ausspricht. »Keine Spur davon«. Überschätztes Lokal, das Café Anglais, verkündete ein gewisser Oberst Pound, der seinem Aussehen nach seit Monaten zum ersten Mal den Mund aufmachte. »Oh, ich weiß nicht«, sagte der Herzog von Chester, der Optimist war, »für gewisse Dinge ist es recht hübsch.« Ein Kellner kam eilig hereingelaufen und blieb dann plötzlich stehen. Sein Anhalten war geräuschlos wie sein Schritt. Doch all jene bestimmungslosen und liebenswürdigen Herren waren so an den glatten Ablauf des unsichtbaren Mechanismus gewöhnt, der ihr Leben umgab und erhielt, dass ein Kellner, der etwas Unerwartetes tat, sie wie ein Misston erschreckte. Wie unser einer ihn empfinden würde, wenn die leblose Welt den Gehorsam verweigerte, wenn ein Stuhl vor uns davon liefe.« Der Kellner stand ein paar Sekunden lang starr da, während sich auf jedem Gesicht am Tisch eine eigentümliche Scham abzeichnete. Ein vollendetes Erzeugnis unserer Zeit, jene Mischung aus moderner Gefühlsduselei und dem schrecklichen modernen Abgrund zwischen den Seelen der Reichen und denen der Armen. Ein echter historischer Aristokrat hätte dem Kellner alles Mögliche an den Kopf geworfen, zuerst leere Flaschen und zum Schluss höchstwahrscheinlich Geld. Ein echter Demokrat hätte ihn mit kameradschaftlicher Offenheit im Ton gefragt, was zum Teufel denn passiert sei. Aber diese modernen Plutokraten konnten die Anwesenheit eines Armen nicht ertragen, weder als Sklaven noch als Freund. Dass irgendetwas mit der Bedienung nicht stimmte, setzte sie nur in peinliche Verlegenheit. Sie wollten nicht brutal sein, aber sie schreckten davor zurück, gütig sein zu müssen. Sie wünschten, die Sache, was immer sie sei, wäre vorüber. Und sie war vorüber. Nachdem der Kellner ein paar Sekunden lang leblos wie zur Salzsäule erstarrt dagestanden hatte, drehte er sich um und schoss wie verrückt hinaus. Als er weder im Zimmer oder vielmehr in der Türöffnung erschien, hatte er einen anderen Kellner dabei, mit dem er in südländischer Lebhaftigkeit tuschelte und gestikulierte. Dann ging der erste Kellner weg, ließ den zweiten zurück und erschien wieder mit einem dritten. Zu der Zeit, als sich ein vierter Kellner dieser übereilten Synode angeschlossen hatte, hielt Mr. Audley es im Interesse des Taktes für nötig, das Schweigen zu brechen. Das tat er, anstatt mit einer Präsidentenglocke, mit einem sehr lauten Räuspern und sagte, »Prächtige Arbeit, die der junge Mutscher in Birma leistet! Kein anderes Volk in der Welt besitzt!« Ein fünfter Kellner war wie ein Pfeil auf ihn zugeschwirrt und flüsterte ihm ins Ohr, »Tut mir leid, wichtig! Könnte der Besitzer Sie sprechen?« Der Vorsitzende wandte sich verwirrt um und starrte wie betäubt Mr. Lever an, der sich mit einiger Schnelligkeit auf Sie zuwälzte. Die Haltung des braven Besitzers wich von seiner gewöhnlichen Haltung nicht ab, doch sein Gesicht war ziemlich ungewöhnlich. Sonst pflegte es, von einem frischen Kupferbraun zu sein. Jetzt zeigte es ein kränkliches Gelb. »Sie werden mir verzeihen, Mr. Audley«, sagte er, und schnappte asthmatisch nach Luft. »Ich bin sehr besorgt. Ihre Fischsteller sind mit Sand den Messern und Gabeln weggeräumt worden.« »Ja, das will ich hoffen«, sagte der Vorsitzende mit einiger Wärme. »Sahen Sie ihn?«, keuchte der aufgeregte Hotelier. »Sahen Sie den Kellner, der Sie wegnahmen? Kennen Sie ihn?« »Den Kellner?«, antwortete Mr. Audley unwillig. »Na, gewiß nicht.« Mr. Lever rang gequält die Hände. »Ich habe ihn niemals hergeschickt«, sagte er. »Ich weiß nicht, wann oder warum er kommt. Ich schicke meinen Kellner, damit er die Teller abräumt, und er findet sie bereits weggeräumt.« Mr. Audley blickte so verwirrt rein, daß man hätte zweifeln können, ob er wirklich der Mann war, den das Empire braucht. Keiner der Gesellschaft brachte ein Wort heraus, außer dem Mann aus Holz, Oberst Pound, der zu unnatürlicher Lebendigkeit galvanisiert schien. Steif erhob er sich aus seinem Stuhl, während die übrigen sitzen blieben, klemmte sich das Monokel ins Auge und sprach mit rauer, leiser Stimme, als hätte er das Sprechen halb verlernt. »Meinen Sie«, fragte er, daß jemand unser silbernes Fischbesteck gestohlen hat?« Der Besitzer wiederholte seine Handbewegung mit noch größerer Hilflosigkeit, und im Nu waren alle Männer am Tisch auf den Beinen. »Sind alle Ihre Kellner hier?« fragte der Oberst in seinem leisen, rauen Tonfall. »Ja, alle sind hier.« »Ich habe das selbst festgestellt«, rief der junge Herzog und drängte sein knabenhaftes Gesicht in die Mitte. »Jedes Mal, wenn ich hereinkomme, zähle ich Sie. Sie sehen so komisch aus, wenn Sie sich an der Wand entlang aufstellen.« »Aber so genau kann man sich doch nicht daran erinnern«, meinte schwerfällig zögernd Mr. Orley. »Und ich sage Ihnen, daß ich mich ganz genau erinnere«, rief der Herzog aufgeregt. »Noch nie waren mehr als fünfzehn Kellner hier, und auch heute Abend waren es nicht mehr als fünfzehn. Das kann ich beschwören. Nicht mehr und nicht weniger.« Zitternd, vor Überraschung fast gelähmt, wandte sich der Besitzer an ihn. »Sie sagen«, »Sie sagen«, stotterte er, »Sie sahen alle meine fünfzehn Kellner?« »Ja, wie immer«, bestätigte der Herzog. »Was ist los?« »Nichts«, sagte Lever mit tiefem Nachdruck. »Nur, es ist nicht möglich, denn einer von Ihnen liegt oben tot in seinem Zimmer.« Für einen Augenblick herrschte beängstigendes Schweigen im Zimmer. Es mag sein, so übernatürlich wirkt das Wort »tod«, daß jeder dieser Tagediebe eine Sekunde lang seine Seele betrachtete und feststellte, daß sie einer kleinen Vertrockneten erbsiglich. Einer von Ihnen, ich glaube, es war der Herzog, fragte sogar mit der blödsinnigen Liebensmürdigkeit der Reichen, »Können wir etwas für ihn tun?« »Er hat eine Priester gehabt«, antwortete der Jude nicht ohne Rührung. Nun erwachten sie, wie beim Schall des jüngsten Gerichts, zu ihrer eigenen Situation. Ein paar unheimliche Sekunden lang hatten sie das Gefühl gehabt, der fünfzehnte Kellner könnte der Geist des Toten von oben gewesen sein. Dieser Druck hatte ihnen die Sprache geraubt. Den Geister brachten sie in die gleiche Verlegenheit wie Bettler. Aber der Gedanke an das Silber brach den Zauber des Übernatürlichen, brach ihn unvermittelt und bewirkte eine heftige Reaktion. Der Oberst warf seinen Stuhl um und schritt zur Tür. »Wenn ein fünfzehnter Mann hier war, Freunde,« sagte er, »so war dieser fünfzehnte Kerl ein Dieb. Sofort an die Eingangs- und Hintertür und alles besetzt. Dann können wir weiterreden. Die vierundzwanzig Perlen sind es wert, daß wir sie zurückerobern.« Mr. Oddly schien zunächst unsicher, ob es schicklich sei, sich aus irgendeinem Grund derartig zu beeilen. Aber als er den Herzog in jugendlicher Kraft die Treppe hinunterstürzen sah, folgte er ihm, wenn auch mit etwas gesetzteren Bewegungen. Im gleichen Augenblick rannte ein sechster Kellner ins Zimmer und erklärte, er habe den Stoß Fischsteller auf einem Anrichtetisch gefunden, aber keine Spur des Silbers. Der Haufen Gäste und Diener, der Hals über Kopf die Gänge entlang stolperte, teilte sich in zwei Gruppen. Die meisten Fischer folgten dem Besitzer zu dem vorderen Zimmer, um zu hören, ob irgendjemand hinausgegangen sei. Oberst Pound stürmte mit dem Vorsitzenden, dem Vize und ein oder zwei anderen den Gang zu den Dienstbotenräumen hinunter, die den wahrscheinlicheren Fluchtweg darstellte. Dabei kamen sie an der dunklen Nische oder Höhle der Garderobe vorbei und erblickten dort eine untersetzte, schwarz gekleidete Gestalt, offenbar einen Diener, der hinten im Schatten stand. »Hey, Sie dort«, rief der Herzog, »haben Sie jemanden vorbeikommen sehen?« Die untersetzte Gestalt beantwortete die Frage nicht direkt, sondern sagte nur, »Vielleicht habe ich das, was Sie suchen, meine Herren.« Unschlüssig und neugierig blieben sie stehen, während er ruhig nach hinten in die Garderobe ging, mit beiden Händen voll Silber zurückkam und es mit der Ruhe eines Verkäufers auf dem Tisch vor sich ausbreitete. Schließlich nahm es die Gestalt von einem Dutzend merkwürdig geformter Gabel und Messer an. »Sie, Sie«, stotterte der Oberst völlig aus der Fassung. Dann warf er einen verstohlenen Blick in den kleinen, dunklen Raum und bemerkte zwei Dinge. Erstens, dass der untersetzte, schwarz gekleidete Mann wie ein Geistlicher aussah, und zweitens, dass das Fenster des Zimmers dahinter zerbrochen war, wie wenn jemand gewaltsam durchgestiegen wäre. »Wertvolle Sachen zum Aufbewahren in einer Garderobe, nicht wahr?« stellte der Geistliche voll heiterer Gelassenheit fest. »Haben Sie, haben Sie diese Gegenstände gestohlen?« stotterte Mr. Oddly mit starrem Blick. »Selbst wenn«, sagte der Priester vergnügt, »hätte ich Sie hiermit jedenfalls wieder zurückgebracht.« »Aber Sie waren es nicht«, rief der Oberst, der immer noch das zerbrochene Fenster anstarrte. »Offen gestanden, nein«, gab jener gut gelaunt zurück. Und er setzte sich sehr feierlich auf einen Stuhl. »Doch Sie wissen, wer es war«, forschte der Oberst weiter. »Seinen wirklichen Namen kenne ich nicht«, sagte der Priester sanft, »aber ich weiß einiges über seine Kampfkraft und ziemlich viel über seine geistige Nöte. Seine körperlichen Qualitäten lernte ich schätzen, als er mich zu erwürgen versuchte, und seine moralischen, als er bereute.« »Wahrhaftig bereute«, rief der junge Chester mit schalendem Gelächter.« Pater Brown stand auf und sagte mit den Händen auf dem Rücken, »komisch, ne, daß ein Dieb und Landstreicher bereuen sollte, wenn so viele Reiche und Sorglose hart und leichtsinnig bleiben und vor Gott und den Menschen keine Früchte tragen. Aber damit entschuldigen Sie bitte, überschreiten Sie ein wenig die Grenzen meines Gebietes. Wenn Sie die Reue als wirkliche Tatsache bezweifeln, bitte!« »Hier sind Ihre Messer und Gabeln. Sie sind die zwölf wahren Fischer, und hier sind alle Ihre Silberfische.« Er aber hat mich zum Menschenfischer gemacht. »Haben Sie den Mann gefangen?« fragte der Oberst scharf in sein stirnrunzelndes Gesicht. »Ja«, sagte er, »ich habe ihn gefangen, mit einer unsichtbaren Angel und einer unsichtbaren Leine, lang genug, ihn bis ans Ende der Welt laufen zu lassen und ihn doch mit einem einzigen Faden Druck zurückzubringen.« Alle schwiegen. Langsam verzogen sich die Männer, um den Gefährten das wiedergewonnene Silber zu bringen oder den Besitzer über diese seltsame Angelegenheit auszufragen. Nur der Oberst mit dem grimmigen Gesicht saß noch immer auf dem Tisch, baumelte mit den langen, dürren Beinen und kaute an seinem schwarzen Schnurrbart. Endlich sagte er ruhig zu dem Priester, »muss ein schlauer Bursche gewesen sein. Aber ich glaube, ich kenne einen noch schlaueren.« »Das war er auch«, antwortete Blaun, »aber ich verstehe nicht recht, welchen anderen Sie meinen.« »Ach, Sie meine ich«, sagte der Oberst mit kurzem Lachen. »Ich verlange nicht, dass der Bursche eingesperrt wird, da können Sie ganz unbesorgt sein, aber ich würde es mich einige Silbergabeln kosten lassen, um genau herauszukriegen, wie Sie in diese Geschichte verwickelt wurden und wie Sie das Zeug von ihm herausbekamen. Ich schätze, Sie sind der klügste Teufel unter uns allen.« Pater Braun schien die treuherzige Aufrichtigkeit des alten Soldaten zu gefallen. »Nun«, sagte er lächelnd, »über die Identität und die Geschichte dieses Mannes darf ich Ihnen natürlich nichts erzählen, aber ich sehe nicht ein, warum Sie nicht die reinen Tatsachen, die ich selbst herausgefunden habe, erfahren sollten.« Mit unerwarteter Behändigkeit schwang er sich über die Schranke, setzte sich neben den Oberst und ließ die kurzen Beine baumeln wie ein kleiner Bub auf einem Zaun. Und dann begann er seine Geschichte so unbefangen zu erzählen, wie er etwa mit einem alten Freund am Kaminfeuer gesprochen hätte. Sehen Sie, Oberst, fing er an, ich war in der kleinen Kammer dort eingeschlossen und hatte etwas zu schreiben, als ich im Gang ein paar Füße einen Tanz vollführen hörte, der so seltsam klang wie ein Totentanz. Zuerst kamen schnelle, spaßige, kurze Schritte, wie von einem Mann, der auf Zehenspitzen ein Wettgehen veranstaltet. Dann folgten langsame, sorglose, knarrende Schritte, wie von einem schweren Mann, der mit einer Zigarre im Mund herumschlängert. Aber ich schwöre Ihnen, beide wurden von den gleichen Füßen verursacht. Und sie wechselten sich ab. Zuerst kam das Laufen und dann das Gehen und dann wieder das Laufen. Anfangs dachte ich mir nicht viel dabei, doch dann wurde ich immer neugieriger, warum ein Mann gleichzeitig diese beiden Rollen spielen sollte. Den einen Schritt kannte ich. Er glich genau dem ihren Oberst. Es war der Gang eines gut genäherten Herrn, der auf etwas wartet, der umherschlendert, mehr, weil er körperlich fit als geistig ungeduldig ist. Ich wußte, dass ich auch den anderen Schritt kannte, aber mir fiel nicht ein, was es war. Welches abenteuerliche Geschöpf hatte ich auf meinen Wegen getroffen, das in solch ungewöhnlicher Art auf den Zehenspitzen dahin raste. Dann hörte ich irgendwo Teller klirren. Und die Antwort stand so deutlich wie die Peterskirche vor mir. Es war der Schritt eines Kellners. Jenes Laufen mit vorgebeugtem Oberkörper und gesenkten Augen, Füße, die sich mit den Zehenballen vom Boden abstießen, ein Mann mit fliegenden Frackschößen und wehender Serviette. Dann dachte ich eine Minute nach und noch eine halbe. Und ich glaube, ich sah die Art des Verbrechen so deutlich vor mir, als ob ich es in der nächsten Minute selbst begehen würde. Oberst Pound blickte ihn erwartungsvoll an. Doch die sanften grauen Augen des Sprechers waren mit fast leerer Nachdenklichkeit zur Decke gerichtet. Ein Verbrechen, erklärte er langsam, gleicht jedem anderen Kunstwerk. Da sehen Sie mich nicht so erstaunt an. Verbrechen sind keineswegs die einzigen Kunstwerke, die aus einer höllischen Werkstätte hervorgehen. Aber jedes echte Kunstwerk, ob göttlich oder teuflisch, weist ein untrügliches Kennzeichen auf. Sein Kern ist nämlich einfach, wie kompliziert auch immer die Ausführung sein mag. So sind zum Beispiel im Hamlet die Groteske des Totengräbers, die Blumen der Wahnsinnigen, der wunderliche Putz Osrix, die Blässe des Geistes und der grinsende Schädel, alles nur seltsame Ornamente eines Gewindes um die einfache, tragische Gestalt eines Mannes in Schwarz. »Nun«, sagte er lächelnd und rutschte langsam von seinem Sitz herunter, »auch dies ist die einfache Tragödie eines Mannes in Schwarz.« »Tja«, fuhr er fort, als der Oberst verwundert aufblickte, »diese ganze Geschichte dreht sich um einen schwarzen Frack.« »Genau wie im Hamlet haben wir die Rokoko-Schnörke, sie selbst zum Beispiel. Da haben wir den toten Kellner, der zur Stelle war, als er gar nicht zur Stelle sein konnte. Wir haben die unsichtbare Hand, die das Silber von ihrem Tisch entfernte und dann ins Nichts verschwand. Aber jedes geschickte Verbrechen beruht im Grunde auf irgendeiner ganz einfachen Tatsache. Einer Tatsache, die überhaupt nichts Geheimnisvolles an sich hat. Die Täuschung, das Geheimnis, entsteht erst durch die Entdeckung, die die Gedanken der Menschen von der ursprünglichen Tatsache abbringt. Dieses große, geschickt ausgeklügelte und bei ungestörtem Verlauf sehr einträgliche Verbrechen, war auf der schlichten Tatsache aufgebaut, daß die Abendkleidung eines Herrn und die eines Kellners genau die gleiche ist. Alles Übrige war Schauspielerei und sogar ausnehmend gute Schauspielerei.« Der Oberst stand auf und betrachtete Stirnrunzeln seine Schuhe. »Ich bin noch immer nicht sicher,« sagte er, »daß ich Sie richtig verstehe.« »Oberst«, erwiderte Pater Braun, »ich sage Ihnen, daß dieser Erzengel an Unverschämtheit, der ihre Gabeln gestohlen hat, zwanzigmal im vollen Lampenlicht diesen Gang auf- und abgelaufen ist, vor aller Augen. Er dachte nicht daran, sich in dunklen Ecken zu verbergen, womit er sich verdächtig gemacht hätte. Die ganze Zeit über lief er in den beleuchteten Gängen umher, und überall schien er sich mit vollem Recht zu befinden.« »Fragen Sie mich nicht, wie er aussah.« »Sie selbst haben ihn heute Abend sechs oder siebenmal erblickt. Sie warteten mit all den anderen feinen Leuten im Empfangsraum am Ende dieses Ganges, hinter dem die Terrasse liegt. So oft er bei ihnen erschien, war er der vollendete Kellner, mit gesenktem Kopf, fliegender Serviette und schnellen Füßen. Er stürzte auf die Terrasse hinaus, machte sich am Tischtuch zu schaffen und lief wieder zum Büro und den Räumen der Kellner zurück. Sobald er in den Gesichtskreis des Büroschreibers und der Kellner gekommen war, hatte er sich mit jedem Zoll seines Körpers, mit jeder kleinsten Bewegung in einen anderen Mann verwandelt. Mit der zerstreuten Unverschämtheit, die alle Kellner von feinen Herren gewohnt sind, schlenderte er zwischen den Angestellten umher. Ihnen war es nicht neu, dass ein Stutzer von der Tischgesellschaft in allen Teilen des Hauses herumspazierte, wie ein Tier im Zoo. Sie wissen, dass für die oberen Zehntausend nichts bezeichnender ist, als die Angewohnheit überall, wo es ihnen passt, herumzulaufen. Wenn ihn das Lustwandeln in diesem Gang hier langweilte, kehrte er um und verschwand wieder hinter dem Büro. Genau jenseits, im Schatten des Bogens, verwandelte er sich wie durch Zauberei und lief wieder emsig zwischen den zwölf Fischern umher, als zuvorkommender Diener. Warum sollten die Herren irgendeinen Kellner beachten? Warum sollten die Kellner einen vollendet auftretenden Gentleman verdächtigen? Ein paar Mal vollführte er die gewagtesten Streiche. In den Privaträumen des Besitzers verlangte er lärmend eine Flasche Soda, er sei durstig. Herablassend erklärte er, er wolle sie selber tragen, und das tat er auch. Schnell und korrekt trug er die Flasche mitten zwischen ihnen durch zweifellos ein Kellner, der einen Auftrag ausführte. Natürlich ließ sich das nicht lange durchführen, aber es war ja auch nur bis nach dem Fischgang notwendig. Der schwierigste Teil seiner Rolle war der Augenblick, als alle Kellner in einer Reihe standen. Doch selbst da brachte er es fertig, gerade um die Ecke herum an der Wand zu lehnen, sodass ihn die Kellner in diesem wichtigen Moment für einen Gast und die Gäste ihn für einen Kellner hielten. Alles Übrige war ein Kinderspiel. Falls ihn einer der Kellner abseits vom Tisch ertappt hätte, so hätte er nur einen gelangweilten Aristokraten ertappt. Er mußte sich nur alles gut einteilen und sich zwei Minuten, ehe der Fisch abgeräumt wurde, in einen flinken Kellner verwandeln, der ihn selbst abräumte. Er stellte die Teller auf einen Anrichtetisch, stopfte das Silber in seine Brusttasche, die jetzt höchstens ein bisschen zu bauschig aussah, und rannte wie ein Hase, ich hörte ihn kommen, bis er die Garderobe erreicht hatte. Dort hatte er nur wieder ein Plutokrat zu sein, ein Plutokrat, der in dringenden Geschäften abgerufen wurde. Er brauchte nur dem Garderobier seine Marke zu geben und elegant, wie er gekommen war, zu verschwenden. Nur, nur leider war zufällig ich, der Garderobeier. »Was haben Sie mit ihm gemacht?« rief der Oberst mit ungewöhnlicher Heftigkeit. »Was hat er Ihnen erzählt?« »Verzeihen Sie«, sagte der Priester mit fester Stimme, »aber hier hört die Geschichte auf.« »Nein, hier beginnt sie erst, interessant zu werden«, brummte Pound. »Ich glaube, seine Arbeitsmethode begreife ich. Aber hinter die ihrige bin ich noch nicht ganz gekommen.« »Ich muss gehen«, sagte Pater Brown. Gemeinsam schritten sie den Gang zur Empfangshalle hinunter, wo sie das frische, sommersprossige Gesicht des Herzogs von Chester erblickten, der ihnen strahlend entgegenschritt. »Kommen Sie, Pound«, rief er atemlos, »ich habe Sie überall gesucht. Das Essen geht weiter und alles klappt prächtig, und der alte Ordley soll zu Ehren der geretteten Gabeln eine Rede halten. Wir wollen ein neues Zeremoniell einführen, zum Andenken an das Ereignis. Was schlagen Sie vor? Schließlich haben Sie ja die Sache wieder zurückgebracht.« »Nun«, erwiderte der Oberst und betrachtete ihn mit leicht sardonischer Zustimmung, »ich würde vorschlagen, daß wir von nun an alle grüne Frecke tragen anstelle der schwarzen. Man weiß nie, was für Verwechslungen vorkommen können, wenn man wie ein Kellner aussieht.« »O Hut, der Henker«, rief der junge Mann, »kein Gentleman sieht wie ein Kellner aus.« »Und kein Kellner wie ein Gentleman nehme ich an«, sagte der Oberst Pound mit demselben leisen Lachen. »Er würden... Ihr Freund muß sehr geschickt gewesen sein, um den Gentleman spielen zu gönnen.« Pater Brown knöpfte seinen abgetragenen Überzieher bis zum Hals zu, denn die Nacht war windig, und nahm seinen schlichten Schirm aus dem Ständer. »Ja«, sagte er, »es muß schon harte Arbeit sein, als Gentleman zu leben. Aber wissen Sie, manchmal habe ich mir gedacht, daß es ebenso anstrengend sein dürfte, ein Kellner zu sein.« Und mit einem guten Abend stieß er die schweren Türen dieses Vergnügungspalastes auf. Die goldenen Tore schlossen sich hinter ihm, und mit schnellem Schritt wanderte er durch die dunstigen, finsteren Straßen, um noch einen Omnibus zu erreichen. »Die seltsamen Schritte« von Gilbert Keith Chesterton, aus dem Englischen übersetzt von Heinrich Fischer. Der Sprecher war Hans Korte, Regie führte Horst Raspe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1983. von Heinrichстown von Heinrich Fischer für die Sie von Sie sind Vielen Dank.